Hey Leute und willkommen zu unserem Weihnachtsvideo oder Weihnachtsvlog. Viel Spaß! Wir haben gerade einen Weihnachtsbaum gekauft und ich weiß nicht, ob man jetzt so viel sieht, weil es schon relativ dunkel ist, aber da ist der Baum. Ich habe gerade einen Weihnachtsbaum gekauft und ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft und ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Baby, squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to my dear Ho 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 So Leute, heute ist der 25., also bei uns zu Hause Weihnachten, weil bei uns kommt die Familie immer am 25., am 24., äh, machen wir immer nur so eine ganz kleine Runde mit ein paar Geschenken und jetzt werdet ihr ein paar Cinematics sehen und vielleicht zeigen wir am Ende noch die Geschenke, ja, viel Spaß beim Video. Musik Wir haben uns entschieden, dass wir das Video in zwei Teile aufteilen. Also einmal den Weihnachtsvlog und einmal das Video mit, also wo wir einfach die Geschenke zeigen. Das heißt, das hier gehört jetzt wahrscheinlich zum Weihnachtsvlog und die Geschenke werden wir einfach im nächsten Video zeigen. Also es wird dann einfach heißen, unsere Weihnachtsgeschenke oder so. Ja, weil wir haben sehr viel Material durch den Weihnachtsbaum, dann haben wir in der Stadt ein paar Aufnahmen gemacht und es würde einfach sonst zu lang werden und dann haben wir halt zwei Videos. Ja, dachten wir, es ist ein bisschen besser und dann geht's jetzt auch weiter. Ciao. Jo, Leute, hier eine kurze Pause. Wenn ihr unsere Geschenke überhaupt sehen wollt, dann machen wir noch ein extra Video dafür. Wenn nicht, dann lassen wir es einfach, dann können wir nochmal ganz kurz sagen, hier oben oder hier oder hier könnt ihr dann auch noch abstimmen. Ob ihr es sehen wollt, wir machen einfach wieder so ein, wollt ihr die Geschenke sehen? Ja, nein und so. Ja, ciao. Und jetzt zünden wir die Kerstin vom Bauern. 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 Wir stoppen gerade mal kurz das Weihnachtsvideo, in dem wir zeigen, wie wir ein Paket auspacken. Ich weiß schon, was drin ist, ich aber noch nicht. Es ist von Haspro, Haspro oder Haspro, oder Haspro. Das ist ein Nerf-Kit, das Range-Kit. Das ist dafür da, um zu snipen. Also, einmal hier ein Ziel-Visier, dann ein Zwei-Bein, damit man sich so schießt. Und dann noch einen Zierer. Das mache ich gleich. Außerdem habe ich auch noch dieses Kit bekommen, das ist das Ammo-Kit. Da sind 24 Fall und ein 24er Magazin dabei. Leider habe ich keine Schulterstütze, aber rein theoretisch. Okay, übertreibt halt gar nichts. Kann man jetzt. Hier gibt es dann nur eine Stufe, da gibt es nur eine. Du kannst es dann so anlegen. Und sonst legt man es einfach so an. Und dann, wenn ich dann noch das Magazin dran mache, dann werde ich sehr gut gerüstet für den Kampf. Und dann kann man natürlich auch noch, wenn man diese Sniper funktionieren will, würde ich mal sagen, passt auf jeden Fall. Nein, aber wenn man dann so ist zum Beispiel. Top! Okay. So Leute, das war es dann. Mit dem Weihnachtsvlog. Wir hoffen, er hat euch gefallen. Es war relativ viel Arbeit für Johanna im Schnitt. Und hat auch relativ lange gedauert, um ihn aufzunehmen. Ja, es war ja über drei Tage, glaube ich. Also vom 23. bis zum 25. Und wir haben irgendwas von viel Material geredet. Und zwar hatten wir über eine halbe Stunde Material. Und daraus ist jetzt dieses 10 Minuten Video geworden. Also war es schon relativ viel Arbeit, das alles zu schneiden. Weil ja zum Schneiden nicht nur das Schneiden dazugehört, sondern auch noch das... Alles andere. Also alles andere. Das sich erstmal alles anzugucken dauert ja schon. Na egal, auf jeden Fall. Wollen wir euch auch noch frohes... Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das noch 2017 oder schon 2018 seht. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden auf jeden Fall im Januar auch noch ein Video bringen, wo wir sagen, was wir so 2018 vorhaben. Oder was unsere Ziele sind oder was auch immer. Und ja, da könnt ihr ja dann auch mal dann unter dieses Video dann eure Ziele schreiben. Auf jeden Fall würde ich mich wie immer über Feedback oder würden wir uns wie immer über Feedback freuen. Und ein Like. Und Abo. Außerdem wollten wir uns auch noch für die 200 Abonnenten bedanken. Ja, äh... Ja, und ich habe einen Zettel gefunden, wo ich mir Ziele für 2017 aufgeschrieben habe. Und da habe ich geschrieben, 50 oder vielleicht sogar 100 Abonnenten erreichen. Und jetzt haben wir einfach, naja, 200. Also auf jeden Fall danke. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!